ist das niedlich feurige rädchen falsch eingebaute teile verhindern dass die maschine richtig funktioniert verbinde die anschlüsse aller teile mit den runden markierungen in der maschine und platziere alle sechs teile im inneren was war gott das ist ja widerlich kannst du die drehen oder geht nicht das könnte jetzt ein einfaches rätsel sein hoffentlich sind er nur 30 piker hat da jetzt wird schwieriger ob das unten links ist falsch aber warte mal als dach so aber ist da tada fertig luk ist tot schlau geschaltet der käfig wird mit einem dumpfen brünen heruntergelassen oh nein luuk sophie luk alles in ordnung da ist kein feuer aber so hinunter stürzen war ein bisschen unheimlich hallo könnt ihr mich hören nee du musst noch so ein bisschen denn deine hände mit deinen händen den mund abdecken damit das das ist okay weil er steckt ja da drin und das hört man ja fast nicht dann oder nee ist ja ist ja ganz abgeschlossen gut phoenix hast du das gehört es war luke ja weil wir haben ihn da rein gesteckt natürlich ist das luke wenn es jemand anders wäre wäre es sehr mag glücklicherweise ist das gut gegangen wir wollen wollen wir sehen was dort unten ist wie wir gedacht haben hier stimmt eindeutig etwas nicht das heißt maya muss beim aufprall gestorben sein und nicht durch das feuer es nein alles klar gehen wir sophie in ordnung was tut mir leid dass mir nichts weh tut alles in ordnung phoenix ja mir geht es gut sophie es ist nicht das erste mal dass ich als landekissen diene ja ich dachte mir dass sie auf ihn draufgefallen ist ich frage mich wo wir gelandet sind das ist nicht gut wir können uns hier nirgendwo verstecken dort ist ein wagen vielleicht können wir uns darin verstecken vielleicht aber es sieht aus als könnte das ein bisschen eng werden oder nicht ich mag eng die fracht ist überall im wagen verteilt oh nein sie kommen her kein problem der lehrling des professors kümmert sich um alles er legt die wache um so wie phoenix den hebel bestimmt kisten verschieben oh ja ja kunst des packens ich pack's nicht da kommt jemand du wirst dich im wagen verstecken müssen bevor er dich entdeckt es könnte aber ein bisschen eng werden mit drei leuten und der fracht des wagens es muss wohl einiges umgeschichtet werden damit alles platz hat es gibt mehrere wege das rätsel zu lösen aber es ist wahrscheinlich einfacher wenn phoenix als letzter einsteigt oh mann also wie war das da kommt jemand aah aah ähm ah ok umschichten oh nein ein schieberätsel wer hätte das nur gedacht war lang nicht mehr gut wir haben auch lang nicht mehr aufgenommen deswegen weiß ich es nicht ok also so so luke wird auch noch schnell platz finden denke ich aber jetzt kommt halt phoenix und naja jetzt was aber es muss alles rein ja aah aah warte mal dann aber ja ich könnte mir auch vorstellen dass phoenix als letzter ganz sinnvoll wäre oh god wie soll denn das funktionieren das hier hm aah warte mal jetzt hier so 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 aah ich sehe es kommen dass das genau so dann nicht klappt wie ich das jetzt gern hätte was hättest du gern dich nein also ja auch ich hätte gerne hier das so zwischen diesen stückchen ich hätte ich hätte was anderes gemacht denk dran dass du die beiden oben ja auch verschieben kannst ne die beiden oben könne ich ja auch ja stimmt so ist doch viel leichter dann ja dann ist das nämlich schon mal in der ecke da und warte moment denn ich würde ja auch gerne noch das so dann luke da mal rein irgendwie klack 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 da vielleicht runter mal gucken kann aber trotzdem ich muss ja so viel auch irgendwo hinbekommen da wird es dann schon wieder komplizierter außer das reicht schon nein tut es ja nicht du brauchst wirklich alle plätze es muss komplett voll ja es muss echt hier ganz ganz voll 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 doof ist das ich glaube dass diese dieses längliche lila farbene ganz hoch muss denn dann kannst du einen entweder sophie oder dieses grüne ding gut reinstecken in die ecke wo reinstecken welches ding muss wohin dieses längliche lila das gerade ganz unten liegt muss glaube ich von unten nach oben meinst du meinst du so ich glaube schon weil dann kannst du schön so viel an die seite klemmen so wie als seite ja genau wenn es ganz oben liegt meine ich hatte aber das war ich ganz nach oben habe ich gemeint ja aber dann ist ja dann muss ja unten hin sozusagen ja ja warte mal also dann müsste man jetzt erst mal verschieben war erstmal das nach unten genau so und das soll dann nach oben moment da muss ich erst mal das ja jetzt also ist nur eine idee ob das jetzt stimmt weiß ich nicht aber du kannst ja noch mal rausschieben noch ja vielleicht hilft das was nee das hilft ja so erst mal nicht aber warte mal so genau und jetzt sophie quasi da an die ecke ran aha und dann kannst du nämlich dieses orange jedes orange farben jetzt hinten neben sophie okay ja aber was ist mit dem ah aber nee ah fuck aha das habe ich nicht gedacht ja das ist echt doof gerade weil geht nicht ist dann immer das orange farben vielleicht ja aber wenn ich jetzt zum beispiel ja runter mit euch so nee das klappt ja auch nicht außer ich mache sowas noch und dann geht ja so nicht aber wenn ich vielleicht war das doch falsch mit dem nieder nach oben es klang nur nach einer guten idee ich brauch für sowas nur hinweist münze naja aber was solltet ihr sagen legt das grüne nach oben links ja ja sollen sie sagt mir das wenn ich das so hab dann vielleicht musst du ach das ist ein unterschied wenn der viereckige block und die beiden einzelnen unten sich tauschen ähm ich weiß es nicht eventuell kannst du das nämlich nach oben legen und genau ja aber dann haben wir das problem jetzt also dann 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 ist das falsch rum aber kann man daraus noch irgendwas machen irgendwas anders legen damit das dann auf einmal zu einem ne das ist sowieso blöd kann ich noch was anderes mit so viel machen und vor allem so viel ist dafür falsch rum also für das nicht richtig auch wieder auch wieder schlecht gedreht und gespiegelt und das ist so muss doch irgendwie was aber ich hier muss ja theoretisch sowieso viel platz oder wir kriegen es hin phoenix doch früher einsteigen zu lassen damit aber anders ist es soll ja mehrere möglichkeiten geben habe ich gehört ja aber jetzt krieg ich phoenix nicht mehr rein wenn das ding schon den weg versperrt ist jetzt ist er drin ok was könnte man wie könnte man den rest stapeln dass das ne geht sowieso sowieso nicht ich lege das mal wieder runter ich würde am liebsten noch mal neu anfangen dieses rätsel ist nämlich bestimmt in wenigen zügen lösbar das kann gut sein ich brauche tipp ich hasse schieberätsel oder schaffen wir das irgendwann doch ja ohne und wenn es jahre dauert diesmal diesmal versagen wir nicht oder diesmal diesmal geht es nicht um textboxen diesmal geht es um schieberätsel das ist was anderes der unterhaltungswert ungemein höher wenn man die ganze zeit nur hört ich hätte ja meine idee bringt das was die alle nach oben zu packen das ist ja das was wir vorhin schon mal echt genau so ja der unterschied ist naja vielleicht hilft es was so viel dann auf der anderen seite war aber von der grundkonstellation ist es schon vergleichbar oder wie wäre es wenn wir das einfach mal unten irgendwo haben so dann kommt aber nichts mehr durch wenn phoenix da drin ist aber warte mal wenn ich das warte mal warte mal was jetzt kommt er ja ja nicht mehr rein dass das geht doch nicht oder kann ich kann ich nicht irgendwo was schieben dass das phoenix auf einmal platz hat aber das trotzdem noch drin bleibt meine kamera ist weg deine kamera ist weg passt das ok ok jetzt kommt phoenix da aber doch kommt raus könnte ich mitschieben hätte ich es bestimmt schon hätte ich jetzt auch gesagt so ok das ist jetzt doof ja weil an sich auf diese art und weise könnte sogar das am ende hinhauen aber dadurch dass phoenix schon da drin ist klappt das nicht ich glaube der vierkige block kann da nicht hin der ist einfach zu groß ansonsten sah das ja echt schon nicht schlecht aus aber ja phoenix sollte wohl wirklich als letzter einsteigen ansonsten hätte ich es nämlich irgendwie so in der art gemacht und ja und phoenix würde ja hier reinpassen aber da passt dann nicht mehr weil geht nicht so und jetzt fehlt nur noch phoenix jetzt muss er nur noch einsteigen aber warte mal wenn wenn man das einmal den immer den gelben raus und schieb den block nach unten ach ne das hilft nix ne das hilft nicht weil der gelbe muss ja auch nach phoenix müsste dann nach phoenix wieder rein und das geht ja nicht aber jetzt mal überlegen also wir haben jetzt so eine grundkonstellation aus zwei mal vier teilen wir könnten die theoretisch auch noch umdrehen dann würde phoenix aber ganz oben rein müssen und vorher da ich würde das mal versuchen also das muss ganz nach oben jetzt wird es schwieriger schon so ok das muss dann daran jetzt wird es nur schwierig dass so zu schieben dass alles rein kommt so phoenix hierhin passt passt ja erst mal musst du noch einschieben schieb luke rein dann schieb so viel rein dann den vierkigen block so viel dazu dass das phoenix als letzter einsteigen sollte haaarrätsel wir haben dich überrumpelt gut gemacht es ist vielleicht nicht gerade die gemütlichste reise aber wenigstens sind alle gut versteckt wohin der fährt der wagen nun denn eigentlich denn nun eigentlich vielleicht nicht noch mal